I am Jochen und this is the Frühsport on Tour von den European Championships in München und schon wieder bin ich da, wo es eskaliert, nämlich beim Tischtennis, Timo Moll in seinem Auftaktmatch, da unten spielt er, aussichtslos zurückgelegen, 1-3 Sätze und ich sag, komm, ich geb's euch mit, das ist der Matchball. Völlige Ekstase und hier wird gesungen, hier wird getanzt, als wäre das schon das Finale, das war das Auftaktmatch, Patrick Franziska ist noch eine Runde weiter, Ostsarov ist noch eine Runde weiter, die Doppel sind leider alle ausgeschieden, mehr erzähle ich euch dann in aller Ruhe wieder morgen, wenn wir hier wieder beim Main-Frühsport sind, aber diese Stimmung wollte ich mal wieder mitnehmen, kommt nochmal. Standing Ovations, danke fürs Zuschauen.